Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Call of Duty, das krasseste Spiel EU West mit vielen krassen Boyz und Montana Black High. Hallo. Dalu bleibt in der ersten Runde in der Base stehen. Okay. Wahrscheinlich läuft er jetzt los, denk ich mal. Wir kaufen da Blödsinn überhaupt gerade zustande. Ich weiß nicht, automatisch war das irgendwie falsch gebalanced. Weil COD einfach ein super gutes Spiel ist. Deswegen, Freunde. Ich habe auf dem A-Spot einen geholt. Breezy, über dir war einer. Ich bin noch ein bisschen im Team Deathmatch Modus, aber ist okay. Da war gerade einer. Leg die Bombe auf A. Oh, Headshot. Wurde aus der Base gekillt von daher. Was? Der kann nix. Vielleicht hat er da auch nicht geschossen. Aber es kommt dann so leiser. Normalerweise. Richtig in der Mikrofon. So, da haben wir jetzt auch gebalanced. Hat er uns nicht lange hier. Such a strong. Verteiligt um jeden Preis die Versorgungslinie. Verteiligt um jeden Preis. Feuer und weiter. Der Preis ist heiß. Entschuldigung. Dali. Hoca, Entschuldigung. Dadosch ist aber Hoca. Ah, mein Gott. Das ist bestimmt immer so unflüssig. Entschuldigung. Wow. Das war ich. Da macht sie den Freezy Move. Alle schießen wir aufs Sackzeug. Ich habe auch aufs Sackzeug. Ach, Mist. Ich wurde eben drin von Items getötet. Ich werde dieses Team wechseln. Ich würde gerne die Leute stärken. Die Sprengladung wurde platziert. B. B. Da ist nur noch einer. Bauer. Untersporn. Ich glaube der ist zurück zu B gegangen. Oh. Kann auch reinlaufen. Schaden? Skade. Wie läuft irgendwie unflüssig. Bei mir? Unflüssig ist auch die Lange. Das hält jetzt auch wieder. Ja. Ja. Alter, das ist krasseste Logo-eu-West. Ja. Es ist wunderschön. Immer diese komischen Klosterkreuzer da. Klosterkreuze. Heilige Dinger. Heilige Dinger? Jetzt einfach nur Kreuz. Das Reichstück. Oh, ähm. Ja? Auf Nutzungsa? Er sagte immer weiter und ich hatte Angst. Wenn man war, dann war dann er hatte Angst. Nils hast du den links? Auf A ist einer. Ne, der war gerade eine Granate. Oh, bei B ganz hinten ist einer. Der könnte durchgekommen sein, wenn da einer war. Da ist noch einer. Oben in der Kapüse. Oben hab ich. Oh, einen hab ich nicht. Oh, scheiße. Oh, tippt er mir. Der noch eins. Oh, einer ist noch hinten, rechte Seite. Ich hab keine Ahnung, welcher Spot das ist. Was ist mit den Dosen umgeworfen, ey? Achso, mit den Dosen? Ist gut. Da hast du ihn gesehen. Ja, ja, ja. Hier ist auch letztens meine Monstersammlung umgekippt. Geil, wa? Wenn man so ein paar da spielen hat. Ja. Oh Mann. Das Phänomen der Ketten... Die Sprengladung wurde platziert. Oh. Feier. Wow. Du weißt, wenn die Dinger wenigstens aus Plastik wären, dann wäre das nicht so laut, wenn die umfahren. Ja. Ja. Oh, ich kann dir aber mal zeigen, wie laut es ist, wenn ich hier meine ganzen Plastikflaschen umwerfe. Mach mal. Los, mach mal. Dann müssen die alle wieder hinstellen, ne? Ist auch gut. Was hat denn alle so für Plastikflaschen? Wir haben ja nur so viel Zeug verstanden. Wir haben ja nur so viel Zeug verstanden. Weil ich zu v bin meine ganzen Wasserflaschen weg zu finden. Also ich geb zu, ich hab da direkt zu mir auch ein leeres Wasserglas, eine Schale, wo ich Dorifus drin hatte, eine leere Wasserflasche und eine leere Pringelsdose. Und ein Teller, wo mein Dinger ankommen ist. Neu gruppiert! Ne. Ne, also ein Geschirr hab ich hier nicht. Ich hab nur noch leere Wasserflaschen. Ich hab nur mein Geschirr von gerade vom Essen. Ich hab gerade noch gegessen. Ja. Pizzaschachtel. Wir haben die Sprengladung. Genau. Pizzaschachtel. Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft. Och nee. Corona. Sprengladung feingelassen. Feindliche Vorräte unterbindet ihren Nachspiel. Ich hab schon echt lange nicht mehr gespielt, glaub ich. Wow. Wow. Kennen wir da. Da war auf jeden Fall, also Frizi in der Richtung war auf jeden Fall Manus mit dem Sniper gegangen. Ja. Da hinten. Oh. Leg dich hin. Da hinten. Oh mein Gott. Manus ist on fire. Haben die endlich einen Schnippel? Die haben einen Schnippel ja, Maru. Achso. Moment. Manus ist auf jeden Fall dein Sniper. Maru auch. Hä? Na gut. Wenns Mannus ist, dann ist es nun Mannus. Alex, du brennst. Hm. Frisch gegrillt. It's getting hot in here. Ins Gesicht auch noch, ey. Bäm. Die Unwürfe. Leise. Hier stimmt irgendwas nicht mit meinem Setup. Irgendwas ist anders als sonst. Ich geh neben meiner Hand. Ich glaub meine Keyboard liegt einen Zentimeter zu weit links. Oh Gott. Jetzt kommen die ja ausreden, ey. Oh Gott. Alter. Also A sind... Oh Gott. Aua. Warum kann er durch den Smoke sehen? Echt? A sind Aua. Das er kam dran, ey. Das kam böse schön. Oben ist einer bei... Boah, wo kam er denn her? Ja, komm ran raus. Stört doch. Stört doch Alters, mein Gott. 100 Kugeln gefressen, der Junge. Über die aus einem Renn, aber scheiße das ist noch einer gewesen. Maru ist noch drin. Maru ist noch drin. Hallo ich bin mal nicht Klasse weg, aber was ist jetzt los? Hat nicht grad jemand gesagt, das bei uns Maru Sniper hat? Maru ist nicht bei uns. Wunder ich mir auch gar nicht. Bei uns Sniper hat auch gar nicht. Ja, dann, wer hat dann bitte schon gerade meine Frage beantwortet. Machst du Shibo? Ich? Nein! Ich kann nicht snipern, Leute, seit fünf Wochen! Dann sniper ich jetzt. Mein Gott! Abgehende Sniper-Klasse ausgewählt. Ich auch nicht. Feindliche Vorräte unterbindet ihr Nachricht. Ich werde nicht klären. Ach, kein Wunder, dass... Wartet mal, bis die Dings weg ist, die Aufklärung ist drunter. Die hat gar nichts rein in die Scheispiele, ja? Was mit dem Netcode? Nein. Oben in der Compuise ist einer auf deren, ihrer Seite. Irgendeiner bewegt sich da exakt. Ja, das war Sachsen vor mir, ja. Da muss ich gerne abschießen, das war das Mordmehrer. Ah, Mist, da ist noch einer drin. Bei denen, ohne dass ich oben bin. Feindliche Bombe im Anschluss, in Deckung! Ach, Silvester-Kater ist noch da. Die ist uns nach oben zurückgegangen, was ich mal war. Da hat jemand ein Messer gezockt. Da hat jemand ein Messer gezockt. Einfach mal sterben hier. Danke. Alter. Krieg sie ihn! Tja, Gott. Er ist in der Treppe oben. Krieg sie ihn! Okay. Wow. Er hat nicht stirbt. Oh, sagst du, hier ist voll leiser. Ja, das ist voll voll angenehm, irgendwie. Nicht dieses POP, 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 POP. Da war einer. Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft! So wie du dich bewegst, kommt da echt BO3-Feeling auf, ey. Oh, Gott! Oh, Gott! Nein! Nein! Oh! Alles unglaublich, wie schlecht die Sonnenklässe in dem Spiel ist. Was? Er hat schön rumgeschossen einmal. Nicht das Geld auf dem Boden? Das war ein... Neu kopieren! Bierdeckel. Okay. Ange. Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft gebraucht. Auch nicht schon wieder leer. Feindliche Vorräte entdeckt. Unterbindet den Nachschub. Alter, wie er nicht verreckt hat, Dulli. Äh... Was ist denn das hier? Shigo rechts dann... Also im rechten Gang. Was? Im rechten Gang. Im rechten Gang. Ja, da hinten. Also, da hinten. Ja, und jetzt links. Wer steht denn auf A drauf? Einer, der nicht stirbt! Egal. Egal. Nein. Ach, scheiße. Kommt bei mir. Also, Mitte noch einer. Dado Sparer. Dado Sparer. Dado Sparer. Dado Sparer. Okay, ich weiß nicht wo Dado ist. Ja, komm. Er ist da... Im Schiff... Im... Im Schiff drinnen. Im Schiff drinnen. Von der niere Seite ist. Von der niere Seite ist. Wunderan unter dir. Müsste der sein. Feuer 1. Rechts irgendwo bei der Freezy. Mhm. War der da oben? Ja, da. Ja, der Race von denen. Ja, der Race von denen. Wunderbar. Oh, schön. Schön gemacht. Da hoch brennt den Himmel. Huiiii. Aber Freezy hat doch ein gutes Himmel. Wie viel er aushält. Ich hab gar keins. Ja doch. Eine Schachfigur. Das ist der König. Achse. Aber diese komische King-Probleme mit Ausrufezeichen als I, der gehörst du dir aus dem Fall nicht an. So. Jetzt können wir richtig gehen. Ja. Ja. Und bei deren Spawn noch. Ja. Ich hab Cocktail und Aufklärung. Boah. Item's down. In der Base. Item's down. Manus wird limpt bei B rechts außen, oder? Vorsicht. Wie er nicht. Ja. Senk es von dir ab. Kämpf bis zuletzt. Kugel. Ich glaub der hat dann ein Messer reingeworfen. Scheiße. Hm. Zumindest nicht explodiert. Das sind zwei auf einmal. Das ist ungefähr. War der anderes da oben? Ja ich weiß. Hab ihn gesehen. Schöndet alles an. Da oben rechts war er nicht bei A. Ne bei A ist er hochgegangen. Ja. Ah. Hört sich die ganze Zeit ein, ob der genau neben dir läuft. Dann ist er da hinten. Jaja das ist ähm. Sie. Ist ein gutes Spiel hab ich gehört. Warum bin ich männlich verdammte Scheiße. Dieses Spiel ist so kacke. Das größere Hitboxen alles ist scheiße. Äh. Soll ich direkt Aufklärung setzen? Ja. Kann ich sagen. Oh nicht. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Aufklärung sucht nach Zielen Leute. Werfe Granate. Oh Gott. Ach Manus ey. Ja. Wo ist er denn? Auf Outerbeet. Mitte. Mitte drinnen. Mitte drinnen. Links rechts. Links oben in der Compuise einer. Unsere Compuise haben schon einen Blick. Ne 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 ne. Nicht Richtung. Wow. Der geht Richtung Lobby über Mitte. Äh. Wir sind an der Volke. Miss 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 miss. Der ist schon hinter uns. Wow. Wir haben doch ne schöne Drohne. Der hat mich gepiext. Das war unfair. Ja. Alter leckt der. Wtf. Das knifft. Neu gruppieren. Haben wir jetzt eigentlich nen Sniper? Ja. Ja. Alles macht glaube ich ne. Ich spiele Sniper ja. 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 Ich spiele Sniper ja. Ja. Das war kein One-Hit. Ich krieg auch wenn ich Sniper gekillt werde habe ich auch dieses Dung 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 in mir. Obwohl den anderen geschossen hab. Also. Das Spiel ist einfach zu. Bei mir. Bei mir. Pass ab. Das wird sein. Wir sind in der Kopfüse. Oh. What? Was macht ihr da alles? Was macht ihr da alles? Heiligsblechle. Hab ich. Äh. 3 gegen 2. Da oben legst du da oben. Ja ist jetzt egal. Ich leg mal auf A. Ja. Ja. Einen Gegner ist noch bei A. Einer ist unten. Ja. Die Glocke ist in der Mitte. Ja. Das war Richtung A. Der muss. Der kommt über die Komplisen oder unten rum. Menschen werden. Unten rum. Der andere. Ja. Der andere würde von der anderen Seite äh gehen. Also einer die Bombe im Auge behalten. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Peng. Machst du da. Peng. Ne. Schöne gemacht. Toll war. War so schön. War so schön. Die Waffe. Zerspätige Artillerie und zerspätige Artillerie. Wir haben die Sprengladung. Warum steht denn da anders. Unters Deck. Buck. Links oben. Ach Leute. Weil das dein Spielmodus ist. Ey. Bug heißt das. Hahahaha. Wtf. Wtf. Oh ne. Dalu push for Dalu schon bei uns. Welche Seite? Ja Mitte. Achso. Habt ihr ihn? Ja. Wow das war knapp. Unten links. War nur mehrere Leute. Bei B ist einer drin. Ach der bei uns schon auf der rechten Blackseite. Wo denn? Hinter dir. Hinter dir Schiegel. Hinter dir oben. Ja warte warte warte. Die ist down. Die ist down ja. Gut. Du musst kurz nachladen. Es dauert ne Weile. Ah oder so. Ich wollt grad die Bombe legen man. Das sind ja Punkte gewesen. Ich hab dich mal Kills geholt. Nee. Oder? Zu dritt? Ich auch nicht. Oh mein Gott. Das ist gut genug. Ja? Ja fast. Hauptsack tot. Waren wir mal. Waren wir mal was. Suchen und zerstören. Das ist eine Reaktion. Aufklärung in der Luft. da oben direkt war ja da ist einer einer war ja da wo kam der schuss der aus dem base ich hab die base genau der aber war dahinten die kinder gehen einfach maximal außenrum auf b kommt einer habe ich hinten gesehen aber ihr lauft aneinander vorbei immerhin die kniescheiben 5 mal 5 ist auch tödlich gibt es überhaupt spiele simulierte aus der arme nähe was kann man nicht mehr laufen kann man den bein geschlossen wird das bei amas ist ja nicht so krass bei gta ja das kommt doch an wie es eingestellt ist ich glaube bei gta 4 bei den npcs oder so kein auf der b seite beziehungsweise schnapp dir sein köpfchen ich hasse das ich hasse mit diesem spiel ich treffe einfach nicht in der brücke ist noch einer ja den habe ich sonst noch was mitte oder irgendwas leu ich hab mich wieder sniper angeschossen äh links der sniper links hinten ich fall wieder ins knie knie ist nicht wirklich am ersten schluss ja ach leu es leben noch zwei ja fuck ja wo ist der letzte oben mitte oben mitte ja auf deren seite vom ja auf schiff halt da drin war halt gerade glaube ich lag auch mal die bombe die sprenglade wurde platziert macht ihn fertig ach der sachs hebt erstmal geld auf ich hab's genau gehört da wollte die weinflasche ja ja klick klick soll ich mal die aufklärungsdrohne schmeißen blöde auf ok doch liegt das schon wieder keiner zu sehen natürlicherweise vorsicht ja cool dass der molly auch nur hat so ne der flug ist schon über unsere mitte tiefflieger angreifert sich ich hab flächenbombardierung gestartet ist es unsers aufklärungsflug abgeschlossen wo kommen wir denn her ja also bei deren ihr aufseite in der computer oder was ja aber unten ist er hinten ah ok ah ich hasse so einen fuck out aber das ist so cool shit einfach mit dem knockback ding sagst du es da haben wir noch einen ne da da oh nein oh god der muss da im schiff sein wenn es so bombt eigentlich oder hinten bei sich ja der war da der war im schiff b-seite jetzt komm schon gib mir den nein was was oh nein beide tot wie bitter alter hat das laut war das im geräusch nein ich war zuerst tot ich war das nicht und das bist du reingehörten ja mhm aha mhm aha hm 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 ich leck mich mal auf B ja B ist rechts hinten eine ok ist auf der anderen Seite bitte oh da sind zwei drei oh zwei da tut es wieder auf A drauf ich hab mich auch so lang geschossen nein auf der ja hab mich lang geschossen ist immer noch bei A drauf ja da will weiter da nice ja gut eine auf A ist fach oh god ich bin kommt ein Einer von hinten, Flotte. Das ist leider auch noch links gesehen. Dadusch ist da drunter und da. Sehr gut. Gute Move. Gute Move. Simultan Moose, oder was? Was soll das? Ich hab mich zurückgehalten, mir ganz verzeiht. Das haben wir wahrscheinlich auch. Voll aufwechselndes. Neu gruppiert! Oh, schön, ey. Das macht Spaß. Ich hab gedacht, dass wir aus dem Spiel hören. Wir haben die Strengladung! Okay, genug gelacht. Ich wein schon. Jetzt ist es ernst. Jetzt ist es simp! Oh! Oh, Maru! Oh Gott, da kommt noch einer auf! Kommt und stoppt! Okay, hab wir ihn mit Molli. Mitte rechts waren zwei. Oben einer. Oben einer. Man! Weil keiner auf A gedeckt hat! Oh, hat schon ziemlich viel tot. Ja ne, unser Snipper hätte mich schon hinten retten können. Ja, ich hab eh geguckt. Oh, Leut. Jetzt hast du ihn totgeguckt. Wann die Hop-Elemente hätte... Als Hop! Als Hop! Als Hop, ey! Komm! Bullshit! Ne, er hat geschossen, er hat während des Schießens dann dort hingehört. Ja, die Kugel ist ins Tier geflogen. Ist ein Angel... Angel... Also, gab's nicht mal so einen Film? Ja, so einen Film, wo man... Ja, ja! WANTED! 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 Ja, das kann das Spiel hier anscheinend auch. Hm... In dem Herrn. Sind wahrscheinlich alle auf der rechten Seite, ey. Ja, links B ist frei. Jetzt sind links einer. Au! Ich weiß es doch. Boah, was? Ich krieg dich, mein Freund. Ich weiß es doch. Boah, was? Dadosch ist bei B-B-B-B-A. Top 10? B-B-B-B-A. Ja, ich wollte Peser, aber es war A. Scheiße daneben. Dadosch ist jetzt B-Snipen? Hm. Was? Wie snipen? Wir haben doch schon einen Sniper. Ja, B ist dadurch. Achso, der ist ruhig gegangen und dann ist A frei. Hallo, hinlegen! Ja, war grad zu A. Rechts, äh... Oh Gott! Wo ist denn die kommen Büse? Bei A ist hinten, Alter. Ja, Scheiße. Scheiße! Nummer 1. So, der andere... Ist ja noch da. Oh Gott! Du hast die Galate fliegen sehen. Rechts von dir. Warte ich, Flocke. Nee. Danke. Die kommen Büse. Oh, nein. Und... Flutter. Okay. Oh. Hallo. Wieso fällt dir jetzt so wenig aus? Das waren drei Schüsse. Ey, Lobapp ja wohl. Das Damage-Modell soll mir mal einer erklären. Ich glaube, ihr habt sich auch einmal getroffen. Achso, okay. Rücken nicht in ihre Versorgungslinie. Sprengladung in Bewegung. Ich hab noch Molly, die muss ich mal nutzen. Ich hab noch Molly, die muss ich mal nutzen. Du könntest auf A hören, wenn du bei A bist. Ich glaube nicht. Okay, doch, da bin ich. Achtung! Molle! Achtung! Molle! Molle! Oh Gott! Alter! Mist. Boah, Frizi rutscht. Er ist voll weit. Habe ihn erschrocken. Ins Knie schon wieder, ey. Die Sau. Wer da runterrutscht. Da, 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 da. Neugruppieren! Naja, ist noch nicht verloren. Nö. Nö. So, alles drin. Nur der Glaube ist verloren. Na. Und da krieg ich aber sogar. Alles ist möglich. Ich hab doch nicht jemanden gebetet. Rechte Seite ist schon wieder... Ich will nicht nach B gehen. B, Scheiße. Jo. Dadurch halt vor den Glitchpositionen. Was soll denn die Scheiße? Hier, weg mit dir. Oh Gott, was macht ihr denn da? 2 in der Kompüse 2. Alles klar. Ja, ne, ja, ne. Die waren unten. Ich weiß jetzt nicht, ob du die in der Kompüse meinst. Kompüse. Da wurde ich erschossen. Die Sprengladung wurde platziert. Oben, ja. Oben weggegangen. Das wird jetzt schwer. Das heißt, was? Er ist oben reingegangen. Bei sich, glaube ich, drinnen. Alles Kompüse. Kompüseleiter. Oh, einer ist links einfach. Was ist doch ganz? Nein! Oh, Gott! Ah, Leute, hab ich ja jetzt was? Ich hab aufgehört zu schießen, aber dann konnte Floppe durchziehen. Ah, okay. Der Sachse feiert Silvester. Da sind 50 Schuss. aber bei uns ist das team wenigstens auswirklichen ja ja und gilt und selbst und die einer lassen sich einfach nicht ziehen arbeiten alle jeder für sich oh kacke auf becker sniper ich bin gefangen hilfe okay bei A hat der noch eine granate gefressen ja das zeigt lieber keiner bei A oh komm schießen um die ecke was ist das denn mein gott ich zieh keinen einschinken ich hab mich mal da gefehlt drei vier sinner halt noch hier die dürfen gönnt sie uns nicht Mann war gut nimmt sie alle heute Ja wo? Hat jemand von euch die Bombe? Saksa hat Feuerchen geworfen. Hör zu haben. Saksa, ich bin Sniper, ne? Alleine bin ich nix. Achso, wir sind doch noch C2. Ja, und ich sehe keinen einzigen Gegner. Die Strengladung wurde platziert. Wie geht das denn jetzt? Hinter dem Kasten da einfach. Man kann sich in dem Spiel hinlegen. Die haben uns umlaufen. Ja genau, da! Unter dem? Ne, das war die Flacke. Habe ich auch gerade gehört, den Step. Oh Gott! Oh Gott! Bleibt hinter mir auf einmal. Ein Feuerbisschen. Ach, da war dort auch noch alles. Stimmt, hier sollte man noch jemanden an die Seite stellen, so einen Spotter. Suchen und zerstören. Ja, als Sniper gar nicht so verkehrt. Die zeigen sich jetzt gar nicht mehr inzwischen, ne? Das ist richtig. Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft. Oh nein. Feindliche Vorrichte! Jetzt wollen wir halt warten, bis die durch sind. Haben wir noch irgendwas, was in der Art so ist wie das? Oh Gott! Nein! Oh Scheiße! Bei A unten, bei A unten. Ach, der Sniper wäre ja nie. Feindliche Fallschirmjäger am Himmel! Was? Was? Achso, Scheiße. Fallschirmjäger. Fallschirmjäger haben wir jetzt natürlich einen extra auf. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. War es Fallschirmjäger? Fallschirmjäger. Ich sehe keinen einzigen am Himmel. Einer ist rechts außen vor sich. Ich sehe keinen einzigen am Himmel. Ich sehe keinen einzigen am Himmel. Vorsicht, hier ist Feuer. Achso, ich werde hier einfach getroffen. Ja, das war ein Fallschirmjäger beispielsweise. Hallo? Möchtet ihr hier bitte langlaufen? Oh Gott nein! Ah, nein. Da habe ich nicht mitgegeben. Was war das denn? Fallschirmjäger, ja. Naja. Ich habe gedacht, wir spielen ohne so einen Scheiß. Eben hat er immer Glück gehabt. Das ist die Kiste. Wir hatten Glück gehabt. Die Kiste, ja. Wir hatten Baroth Glück gehabt. Okay. Oh Mann. MVP, Fallschirmjäger. Yeah. Egal, war trotzdem geil. Die macht nicht ruhig auch so schnell, ne. Also richtig. Trotzdem fertig. Jawoll. Haben trotzdem mehr Skill als die Noobs, deswegen wollen sie den Traum da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Oh was?